Nämlich am Ende sozusagen hat die Ukraine recht, dass sie im Moment vor allem Waffen, Waffen und nochmal Waffen braucht. Waffen, Waffen und nochmal Waffen, Waffen, Waffen und nochmal Waffen, Waffen, Waffen und nochmal Waffen. First, you duck. Then, you cover. This is very, very important. You cover and do it fast.